Venimus, Vidimus, Amavimus Kapitel 24 Braucht hier jemand einen Sklaven? Styrius stand ein bisschen verloren im Hof. Nun, da sein Herr weg war, hatte er eigentlich nichts mehr zu tun. Er entschloss sich einfach schon, den Auftrag durchzuführen, den Lucius ihm gegeben hatte. Er ging nach oben in dessen Zimmer und nahm sich den Geldbeutel, den er dagelassen hatte. Es waren einiges des Terzen, mit denen würde er die Bilder auf jeden Fall bezahlen können. Außerdem hatte der Jüngere gesagt, dass Styrius sich auch etwas Schönes kaufen sollte. Styrius ging also zu den Weiden und holte sich Aurea. Nachdem er sie fertig gemacht hatte, um in die Stadt zu reiten, sagte Adriana Bescheid, dass er kurz weg sein würde. Dann machte er sich auf den Weg zu dem kleinen Laden des Künstlers. In der Gasse angekommen, stellte er Aurea möglichst so hin, dass er sie im Auge hatte und sie nicht im Weg stand. Wer wusste, wer hier in der Stadt alles Pferde stahl? Dann betrat er die kleine Ausstellung. Ein Glöckchen läutete, als er die Tür öffnete. Aus dem hinteren Teil rief jemand, »Ich komme schon, einen Moment bitte!« Es war ein wenig geklappert zu hören, vermutlich Werkzeuge, die zur Seite gelegt wurden. Styrius reckte seinen Hals ein wenig und bald kam auch der junge Mann in Sicht. »Ah, du bist es! Du bist wegen der Skizzen hier, oder?« Styrius nickte. »Dann komm eben mit nach hinten, ich habe sie dort liegen.« Der Sklave folgte dem jungen Mann in den hinteren Teil des Ladens. Dort standen einige Staffeleien mit Holzbrettern, auf denen die Papyrusbögen befestigt waren. Außerdem gab es größere und kleinere Steinblöcke, aus denen einmal Statue werden würden. Ein Steinblock stand auch gerade auf einem Tisch und man sah, dass gerade daran gearbeitet wurde. Einige Brocken, die schon abgeschlagen worden waren, lagen auf dem Boden verteilt. Der junge Mann trat Styrius entgegen, in den Armen hielt er einige Papyrusbögen. »Also, das sind die Sachen, die ich gemacht habe. Bei einigen habe ich mich entschlossen, sie als Skizze zu lassen. Einige sind schon in Farbe. Du kannst dich ja entscheiden, welche dir gefallen.« Er legte sie auf einen großen Tisch, sodass Styrius sie ansehen konnte. Sie waren wirklich gut. Dort waren einige Bilder von Lucius, sowohl Porträts als auch, wie er sich mit Leuten unterhielt. Auf der Liege lag, die Geschenke entgegen nahm. Eines der Porträts fand Styrius besonders gut. Es war in Farbe und zeigte Lucius, wer sich gerade zu dem Betrachter herumdrehte. Der Künstler hatte Lucius überrascht unschuldigen Blick sehr gut getroffen. Auch die Bilder von der Geburtstagsgesellschaft waren hübsch. Er hatte zum Beispiel die Familie Lucius festgehalten, auch wenn sie nie so zusammengestanden hatten an dem Abend. Er musste es zusammengesetzt haben. Dann gab es noch eine Zeichnung von der jüngeren Generation, wie sie zusammen aß und sich unterhielt. Ein Bild von den Tänzerinnen war auch dabei, wie sie in der Mitte des Raumes mit den seidenen Tüchern getanzt hatten. Styrius suchte sich die besten Motive raus. Er konnte sich zum Beispiel nicht vorstellen, dass Lucius ein Bild von irgendeinem Politiker haben wollte, aber der Künstler versprach trotzdem, sie aufzuheben, falls doch Interesse bestehen sollte. Nachdem Styrius bezahlt hatte, verabschiedete er sich höflich und verließ den Laden. Er rollte die Bilder zusammen und verstaute sie vorsichtig in der Ledertasche, die er dabei hatte. Danach ging es wieder zurück in Richtung Villa. Unterwegs kam er noch an einer Bäckerei vorbei. Eigentlich hatte er verzichten wollen, doch als ihm der Geruch von frischem Honigkuchen vor die Nase wehte, stieg er doch ab und betrat den Laden. Drinnen gab es eine Theke, dahinter eine wundervolle Auswahl an Kuchen und Brot. Schnell kam ein junges Mädchen in Sicht, das hier arbeitete. Sie zuckte ein wenig erschrocken zurück, als sie den germanisch aussehenden Styrius erblickte. Doch sie trat tapfer hinter die Theke und fragte höflich, »Was kann ich für dich tun?« Ihre Stimme war leise, aber sie zitterte nicht. Sie hatte offenbar Styrius' Gesicht nicht gesehen, denn als er sich ihr zuwandte und lächelte, entspannte sie sich wieder und lächelte freundlich zurück. »Ich hätte gern einen von den Honigkuchen und dieses Brot mit den Körnern. Sie nickte, legte ihm beides auf die Theke. Styrius' fließendes, akzentfreies Latein ließ sie wohl denken, dass er in Rom aufgewachsen war und sie hatte also keine Angst mehr, dass er ihren Laden auseinandernehmen könnte. Styrius war gerade froh, dass er noch einen weiteren kleinen Beutel hatte. Dort packte er das Brot hinein, dann beschädigte er nicht die Bilder. »Das macht dann zwei Sesterzen,« meinte das Mädchen. Er legte ihr die Münzen auf die Theke und verließ dann den Laden, natürlich nicht, bevor er sich verabschiedet hatte. Dann ging er zurück zur Villa, wo er die Bilder in Lucius' Schreibtisch verstaute. Danach wusste Styrius nicht so recht, was er machen sollte. Also ging er einfach ins Musikzimmer. Er betrachtete die Instrumente, die dort herumstanden. Lucius' Gitarre war auch noch dort, er hatte sie leider nicht mitnehmen können. Sogar eine Hydraulis stand in der Ecke. Es hatte Styrius immer in den Fingern gejuckt, sie einmal zu spielen, aber das Risiko war hoch, dass er entdeckt werden könnte. Dann hätte er viel zu erklären und das wollte er eigentlich vermeiden. Schließlich ging er wieder aus dem Raum und auf den Hof, vielleicht konnte er dort jemandem helfen. Doch auch hier waren alle gut beschäftigt und benötigten gerade nichts. Adriana bemerkte, dass Styrius etwas verloren auf dem Hof herumstand, also riet sie ihm, zur Hausherrin zu gehen. Sie würde bestimmt etwas haben, wofür sie ihn gebrauchen könnte. Styrius begab sich also in den Garten, wo man ihm gesagt hatte, dass sich die Herren aufhielt. Er fand sie auch schnell auf einer Gartenbank sitzen. Verzeiht, Herren, ich hätte ein Anliegen, sprach er Julia an. Diese nickte, er durfte sich wieder aufrichten und sprechen. Ich habe im Moment keine Aufgabe. Der junge Herr gab mir nur einen Auftrag, den ich bereits erledigt habe, und nun weiß ich nicht, was ich tun soll. Gibt es irgendwo etwas, wobei ich helfen kann? Die Frau dachte offenbar nach, das erkannte man in ihrer Eigenheit, sich dabei unter der Nase zu reiben. Dann hob sie an, zu sprechen. Ich weiß gerade nicht, aber komm mal mit, wir fragen meinen Mann. Er bespricht zwar gerade noch etwas mit Antonius, aber sie sollten bald fertig sein. Sie stand auf, und Styrius folgte der Hausherrin in den Teil der Villa, wo die drei Gemächer der Eltern, eins des Herren, eins der Herren, eines zusammen und die Gästezimmer für andere Gäste, sowie das Arbeitszimmer und die Bibliothek sich befanden. Styrius war noch nie hier gewesen, es gab bis jetzt keinen Anlass dazu. Julia klopfte an die Türe, die offenbar zum Arbeitszimmer führte. Man hörte zwei Männerstimmen, die nach dem Klopfen verstummten. Ein Herein ertönte und die Hausherrin öffnete. Sie betraten das Zimmer. Styrius verbeugte sich, wenn auch nur ungern. Am Schreibtisch gegenüber von der Tür saß Gaius Lucius, Imperator, daneben auf einem Hocker sein älterer Sohn. Julia, was führt dich zu uns? begrüßte der Ältere seine Frau. Sie neigte kurz den Kopf, dann meinte sie, dieser Sklave hatte im Moment keine Aufgabe. Er war Lucius' persönlicher Diener, doch jetzt, wo er weg ist, weißt du, was er machen könnte? Die Blicke waren auf den Hausherrn gerichtet, während dieser Styrius musterte. Das war doch dieser Sklave, der so viele Probleme bereitet hatte. Gaius hatte eine gute Idee. Er warf kurz einen Seitenblick zu seinem Sohn und musste ein fieses Grinsen unterdrücken. Dann wandte er sich an Antonius. Sag mal, du hast doch erzählt, ihr habt Mulyomangel, richtig? Kannst du den hier gebrauchen? Tr lymphützone. Ja, das ist alles. Weil er lamentiert, dass er sich eine Ab librer ablorniert. Und er hat mich nicht glättern. Das ist eigentlich aus Ungefürgel.